Die Schweizerische Post ist das fünfte Mal in Folge zur besten Post der Welt vom Weltpostverein gekürt worden. Eine solche Auszeichnung ist nur möglich aufgrund der Top-Leistungen der 65'000 Mitarbeitenden der Post. Für Spitzenmitarbeitende kommt natürlich nur das beste Personalsystem in Frage. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem leistungsstarken, cloudbasierten Nachfolgesystem für einige unserer Personalprozesse. Wir von der IT wünschten uns eine moderne HTML-Oberfläche und einen niedrigeren Wartungsaufwand. Der Fachbereich Personal drängte auf eine schnellere Umsetzung von neuen Funktionen und die Möglichkeit zur mobilen Nutzung. Zu diesem Zeitpunkt liefen die meisten IT-Prozesse bei der Post noch auf On-Premise-Systemen. Daher wollten wir beim Umzug in die Cloud behutsam vorgehen. Deshalb haben wir die Prozesse bei der Post einzeln nacheinander eingeführt. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Mittlerweile arbeitet die Post mehrere Jahre erfolgreich mit SAP SuccessFactors in der Cloud. Mit guten Ergebnissen. Alle Produkte der Talent Management Suite erfüllen unsere hohen Erwartungen an die Sicherheitsstandards. Unsere Mitarbeitenden und Vorgesetzten fühlen sich entlastet von Routinearbeiten und können sich auf strategische Themen fokussieren. Mit SAP SuccessFactors und der Unterstützung von TTS verfügen wir über robuste Prozesse und freuen uns über gesunkene Gesamtkosten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017